Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Seit den 1920ern drehten sie Filme. Sie eröffneten eines der größten privaten Filmstudios der Welt, prägten ein bestimmtes Genre wie niemand anders und produzierten insgesamt mehr als 1000 Filme. Die Rede ist von den Shaw Brothers und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe hier beim Tele-Stammtisch. An meiner Seite die Lilie der gnadenlosen Rache, Kathi, hallo! Hallo, hallo! Und auf der anderen Seite die lahmende Python, Sven, hi! Hallo, mein Kung-Fu-Stil, lahmende Schildkröte grüßt Affe auf Schleifstein. Und ich, der da den Namen erhalten hat, Meister des rollenden Kuhmilcherzeugnisses, oder einfach Paul, hallo zusammen und danke dafür, Sven. Gerne. Ja, manche Discord-Gespräche oder Nachrichten sollten nicht veröffentlicht werden. Was einem alles bei einer Tasse Morgenkaffee einfällt. Tja, manchmal dauert es ein bisschen, aber es kommt. Ja, ich wünsche euch hier im Podcast und auch allen ZuhörerInnen da draußen auch noch ein gesundes neues Jahr. Wir haben ja mittlerweile 2024 und zu Beginn des neuen Jahres haben wir uns mal was eher Ungewöhnliches hier beim Tele-Stammtisch überlegt. Es ist eine Art Retro-Special, ein paar Filme der Shaw Brothers, aber wieso das Ganze? Nun, es gibt da so einen Streaming-Anbieter, Schrägstrich Filmverleih mit Namen Mubi. Paul, ich kenne Mubi leider nicht, bitte erzählen wir davon. Und auf Mubi, von dem wir übrigens nicht gesponsert werden, da gibt es verschiedene Filmklassiker, viele Specials zu RegisseurInnen. Im November zum Beispiel gab es etliche Filme von A.G. Kaurismäki zu sehen. Immer ein Blick wert sind natürlich die Filme von Agnes Varda. Und heute wollen wir aber über eine Rubrik sprechen, die es seit vergangenen Dezember dort zu sehen gibt. Und zwar die Rubrik Shaw Brothers, Wuxia Krieger und Kung Fu Meister. Und im Rahmen dieses Specials sind auf dem Streaming-Anbieter 14 Produktionen der Shaw Brothers veröffentlicht worden. Drei davon haben wir uns jetzt geschnappt und werden darüber sprechen. Wir reden über das Schwert der Gelben Tigerin, die 36 Kammern der Shaolin und Legendary Weapons of China. Ja, alles sehr geile Titel. Generell, wenn man da die Wikipedia durchscrollt mit den Titeln und den deutschen Übersetzungen 1a. Dazu werden wir sicherlich gleich noch kommen, aber ganz am Anfang erstmal. Wie habt ihr es denn so mit Kung Fu und Martial Arts Filmen? Oh, ich liebe es. Es ist eines meiner Lieblingsgenres. Aber, also man muss sagen, ich habe als kleiner Zwockel lief damals auf ZDF, gab es immer nachts. Ich glaube, das war samstags. Da haben die Martial Arts Klassiker gezeigt. Aber das war wahrscheinlich vor dem Paul in meiner Zeitung. Definitiv. Und da waren halt so Sachen dabei wie, ja jetzt Bruce Lee oder heute auch die 36 Kammern der Shaolin. Dann habe ich mir immer einen Wecker gestellt. Den habe ich mir dann direkt neben das Kissen gelegt. Der hat einmal geklingelt, wupp aus, alles klar, ins Wohnzimmer geschlichen, angeguckt und abgegangen wie Klein-Tigers-Schnitzel. Ja, und da hat es sich einfach so entwickelt. Und ich bin da auch dabei geblieben. Es hat sich zwar vom Studio her ein bisschen was geändert für mich dann, aber ich bin ein Martial Arts Fan. Kathi, wie sieht es bei dir aus? Ich weiß, du machst ja Kampfsport, so ganz grob oder hast es mal gemacht oder beziehungsweise machst du es jetzt ja auch wieder? Ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr Kampfsport gemacht, als ich Martial Arts Filme geschaut habe. Ich weiß auch nicht, ob ich, also an sich finde ich das alles ja schon sehr faszinierend, auch was da an schauspieler Leistung im Sinne von körperlicher Leistung ja auch verlangt wird und was die halt drauf haben. Ich bin da nie so, keine Ahnung, vielleicht sind wir, oder bin ich zu jung oder keine Ahnung, nie so reingrutscht. Und ich weiß nicht, ob das nicht sogar so jetzt mit Mubi ist, weil ich Mubi habe ein paar so Karate-Kun-Fu-Dinger geschaut. Aber ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mich so bewusst dazu entschieden habe, irgendwelche Karate-Kun-Fu-Martial-Arts-Filme zu schauen. Aber ja, es ist ein interessanter Genre. Ja, bei mir ist es ähnlich, also minus den Kampfsport. Also aufgewachsen bin ich auch nicht mit so Martial Arts oder Kung-Fu-Filmen. Ich bin eher die Sparte, also wenn es so um asiatische historische Filme oder Action-Filme in Anführungszeichen. Hey, jetzt lass mich doch mal ausreden. Bin ich, glaube ich, eher Team Samurai. Und nicht so sehr Martial Arts. Mittlerweile geht das wieder und ich habe zumindest einen Regisseur, den ich jetzt auch gleich für die Folge mal rausgepickt habe, weil es, glaube ich, die einzige Zusammenarbeit zwischen ihm und den Shaw Brothers war. Nämlich King Hu, von dem ich, glaube, hier ein Hauch von Zen war der erste Film, den ich so in diese Richtung gesehen habe. Und den finde ich nach wie vor sehr schön, aber auch, der hat ja auch noch so Regen in den Bergen. Also die schon sehr lang, aber vielleicht auch eher ruhigeren Bucher oder Martial Arts-Filme. Ich weiß nicht, hast du davon was gesehen, Sven? Es gibt keine ruhigen Martial Arts-Filme, da muss gekämpft werden. Ja, das steckt doch schon im Titel, ein Hauch von Zen. Da wird viel meditiert, aber auch ein bisschen durch die Luft geflogen. Ein bisschen ist mir zu wenig. Nein, ich weiß, ich kenne die anderen Sachen. Also ich habe sie nicht gesehen, so rum, ich habe drüber gelesen. Aber nee, ich brauche es einfach. Du brauchst einfach Hau drauf und das war's. Ja, ein bisschen Story schon. Ja, dann über den Rest streiten, aber okay. Eben, wenn die auf den Bierdeckel passen, ist mir das vollkommen egal, wenn der Rest stimmt. Aber nein, ich hatte es ja schon einmal gesagt, aber so dieses, wie gesagt, also im Reisfeld meditieren ist vollkommen in Ordnung, wenn davor halt der Bruder oder die Familie oder sonst irgendjemand dahin geschlachtet wurde, um sich zu konzentrieren und seine Wut und seinen Fokus auf Rache zu legen und nicht drei Stunden da zu hocken und zu sagen, Och ja, in einer Einstellung, eigentlich ist alles egal, das Leben vergeht, wie der Reissamen, den ich gerade, nee, das Leben kommt, wie ich den Reissamen gerade in die Erde lege oder wie ich ihn ernte, vergeht es und der Wind und alles. Nein, will ich nicht. Ich will, dass er hingeht und sagt, okay, gut, ich stelle mir ein paar Platten hin, prügel drauf, bis ich fit bin und dann geht's los. Ja, schön, dass du's erwähnst. Wir haben für den Tele-Stammtisch schon mal eine Special-Ausgabe über chinesische Filmproduktionen gemacht. Und ich meine, da haben wir auch über einen Hauch von Sen gesprochen. Ich hab darüber gesprochen. Aber das ist jetzt schon, das ist bestimmt schon zwei Jahre, zweieinhalb Jahre her. Gut, heute geht's, wie gesagt, nur um Filme der Shaw Brothers und vielleicht umreißen wir das jetzt nochmal ganz kurz. Ich meine, wir drei sind jetzt nicht die absoluten Experten, Sven vielleicht noch am ehesten, aber auch ich hab mir dann im Vorfeld zumindest nochmal mich so ein bisschen durch verschiedene Artikel oder auch Videos geklickt, für den ich auch gleich eins empfehlen werde. Aber Sven, erstmal möchtest du ganz, ganz kurz was zu diesem Produktionsstudio oder zu diesem Gebilde sagen? Ja, also gegründet wurde so von den Shaw Brothers, von den Brüdern und zwar, ah je, Rangny Shaw und Run Run Shaw. Und zwar von 58 bis 2011 haben sie dann wirklich über 1000 Filme produziert. In den 70ern haben sie sogar eine Kooperation mit Hammerfilms gestattet. Da gab's dann sowas wie die sieben goldenen, äh, was war's, sieben goldenen Vampire. Das ist also Horror mit... Ja, natürlich, was auf Songs. Ja, natürlich, Horror mit Action gemischt. Und ja, 2011 haben sie sich aufgelöst, dann haben sie auch die Rechte irgendwie verkauft. Das ist ja da immer so ein riesen Hickhack. Und ja, ähm, also ich hab gelehrt, also die, die hatten als erstes, hatten die so eine TNG, die, die, das erste Produktionsstudio, was die, äh, womit die dann irgendwie schon in den 1920ern, wie gesagt, äh, Filme gemacht haben, wo ich, ich fand's lustig, wie wirklich jeder von diesen, äh, von diesen Brüdern da, also der eine war Geschäftsführer, der andere war Buchhalter, der andere war für den Verleih zuständig und der Jüngste, der noch zur Schule gegangen ist, der war fürs Marketing zuständig. Ja, der hippe TikToker wahrscheinlich, oder? Genau, in den, in den 1930ern, oder was weiß ich. Ähm, aber ja, genau, so richtig war's dann in den, in den 1950ern und, also, die Filme, über die wir hier sprechen, die sind ja dann alle, ich glaube, der Jüngste ist von 19... Sechst, genau, aus den 60ern. Fangen wir auch gleich mit dem an. Okay. Dann ziehe ich einmal mein Schwert, äh, und führe zum Film, das Schwert der gelben Tigerin. Ein Film von King Hu. Und, ja, ich hab ihn mir ausgewählt, weil ich den erstens schon gesehen hatte und zweitens wusste, ah ja, der ist von King Hu. Ich wusste da noch nicht, dass es der einzige Film ist, den King Hu bei den Shaw Brothers gemacht hatte, aber, ja, nun sind wir hier. Ja, worum geht's? Der Sohn eines Governors wird entführt und, äh, dessen Schwester, das ist eine junge Schwertkämpferin, die trinkt in, ja, quasi das Versteck von denen ein, die die da entführt haben und, äh, will ihren Bruder befreien und dann, ja, lernt sie noch einen Trunkenbold kennen, der sie dann so ein bisschen dabei unterstützt und das ist es im Wesentlichen. Ja, also, Story ist bei den ganzen Filmen eher nebensächlich. Ach was. Aber gut. Ja, wir haben hier in der Hauptrolle eine Frau, eine junge Frau, gespielt von Sheng Pei Pei, die, ich glaube, 19 war, wo sie diese Rolle hier gespielt hat und ist übrigens auch verfügbar bei Amazon Freebie, leider, aber nur in der deutschen Synchro. Und, ist die, ist die gut? Also, ich hab's angefangen in der deutschen Synchro, weil ich das, äh, auch auf meinem Fernseher abspielen konnte, aber ich bin relativ zügig dann doch zu, äh, zum O-Ton mit Untertiteln auf Mubi geswitcht. Das passt schon so. Ich hab's nicht mal mehr bis zu den Liedern geschafft, ich weiß nicht mal, ob die noch eingedeutscht waren oder ob die... Nee, nee, waren sie nicht. Nee, okay. Hast du's auf Deutsch geguckt? Ja, ich hab's bis zu den Liedern auf Deutsch geguckt und dann hab ich umgeschaltet. Und dann hab ich auch geswitcht. Ja, ey, ihr habt's jetzt auch schon gehört, gesungen wird auch. Das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr in Erinnerung, dass da gesungen wird. Das war auch eine schöne Überraschung. Ich wollte grad sagen, Kathi, ist das was, was dich abgeholt hat bei diesem Film? Natürlich, natürlich. Also, generell, dieser Film, also diese ganzen Filme hab ich generell auf eine ganz komische Art und Weise komplett abgeholt. Aber wenn dann auch noch gesungen wird, also, das ist schon geil, wenn die dann in dieser Taverne da stehen und dann fangen die da so zum, also auf den Tischen herumklopfen, alle so ein bisschen besoffen zum Singen und zum Lallen. Das macht schon Bock. Also, keine Ahnung, war schon lustig. Und du, Sven? Ich war schockiert, muss ich zugeben, ich kannte den auch nicht. Also, ich wusste schon, wer Sheng Pai Pai ist, aber ich war da gesessen und war, dachte noch, okay, da kommt der Rattenfänger von Hamel an mit seinem Pfeiflein und auf einmal machen die da ein Musical draus. Ich war wirklich dran gesessen und dachte, okay, naja, wenn sie das Kämpfen nicht vergessen, könnt ihr so lange singen, wie ihr wollt. Ja, was ist denn lieber? Singen oder Reisfeld? Ja, dann lieber singen, das ist vollkommen klar. Wir kriegen hier noch eine Hierarchie zusammen bis zum Ende dieser Folge. Also, singen über Reisfeld, das haben wir schon mal. Aber es ist schon wirklich bemerkenswert, dass das 1966, dann hast du eine starke Frau in der Hauptrolle, das gab es im westlichen Kino zu der Zeit gar nicht. Und das war da schon Standard. Darf ich dazu mal was anmerken? Also, sie wird dort ja als Mann verkleidet hingeschickt. Ja, ganz genau. Kennt ihr diese Undercover-Boss-Folge von Deadlift D'Souce, wo er sich da so den Schnauzer aufgeben lässt und eine Brille aufsetzt? Ganz ehrlich, ich glaube, Kathi, einen Zusammenhang zwischen einem Film, also zwischen dem Schwer der gelben Tigerin und Undercover-Boss herzustellen, das schaffst auch nur du. Und vor allen Dingen mit Deadlift D'Souce. Danke, danke. Kennt ihr das nicht? Da gibt's Bilder von, also, da wird er halt verkleidet, um halt als Undercover-Boss dorthin zu gehen. Und, also, entweder sind alle dort blind oder keine Ahnung, aber die geben nur Schnauzer auf, jetzt mit so einer Perücke auf und, äh, eine Brille oder so, und das schaut halt immer noch aus wie Deadlift D'Souce mit schlechtem Schnauzer. Ähm, und genau so ist es da auch. Also, da, da, mir war auch nicht klar, bis sie dann im Film revealed haben, dass sie nicht wussten, dass das eine Frau ist, dass sie als Mann verkleidet da sein sollte. Aber gut, das ist nebensächlich auch, wie alles in diesem Film. Ja, aber, äh, auf Kampfsequenzen musste Sven natürlich nicht verzichten hier. Ähm, ich, äh, ich hab auch gelesen, dass, äh, dass sie vor allem für die Rolle auch mit, äh, oder dahin gut reingepasst hat, weil sie auch Ballett-Erfahrung hatte. Oh. Und die, die, die Kampfsequenzen ja schon allgemein diese Aufmachung von den Kämpfen ja häufig, also nicht nur in dem Film, sondern auch in den anderen, ja häufig, also natürlich die Choreografie, aber auch schon so ne Tanzchoreografie ist. Ja, generell, ja auch Kampfsport, ähm, schaut ja auch generell immer, also die sind wie Tanz aus, aber ist ja eigentlich wie Tanz sofort, so rück, links, rechts, aber halt Tanz, wo du dich halt dann prügelst und auf die Fresse schlagst, aber an sich gibt's ja da auch vieles am Parallel zwischen Tanzen und Kampfsport. Ja, was mich fast noch mehr abgeholt hat als, äh, die Kampfsequenzen und ich weiß, das ist jetzt ne große Überraschung, aber allein dieses, dieses, äh, wenn sie da in diesem Gasthaus sind oder in dieser Taverne und dieses, dieses fast schon Kammerspielartige, wenn sie da am Anfang da einfach nur so bisschen sitzen oder dann halt trinken und, äh, spekulieren, was das ist. Also, ich find, diese Spannung, das, das löst sich dann im Laufe des Films ein bisschen aus, weil man dann nicht nur da in der Taverne die ganze Zeit ist, aber komprimiert auf einen Raum holt man da auch, natürlich auch, was viele von diesen Filmen, dieses Theaterhafte, holt man da auch schon viel raus. Ja, und was die auch alle haben, was ich beim ersten, was mich total irritiert hat, da hab ich irgendwas so hingenommen, diese Soundeffekte. Also, das finde ich bei jedem Mal, wo wer schlägt und tritt, so ein, so ein Luftschnitt oder so. Wobei, hier, hier, hier ging das doch, oder? Ja, es war auch, also, ich fand's bei der, die, die 36 Kammern fand ich's am auffälligsten. Definitiv. Aber, 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 das ist trotzdem irgendwie in allen drei, ist, äh, ist das einfach kein neues Stilmittel oder was weiß ich, dass sie da wirklich bei jedem Tritt, bei jedem Schwert schlagen, wo es immer kommt, so ein Soundeffekt, der also die Luft schneidet oder der irgendwo draufbrallt oder so. Was ist das irgendwie, es, es wirkt irgendwie trashiger, als es ist durch diese Soundeffekte, finde ich. Auf jeden Fall. Also, wobei, ich hier fand, dass die, die Chorion noch nicht so ganz ausgereift ist. Mhm. Im Vergleich zu, zu den Filmen, die dann halt danach kamen. Aber klar, ey, die Soundeffekte müssen sein und eigentlich fehlt halt auch wirklich diese, diese Deutsch-Synchro, die muss schlecht sein. Die, also, bei gewissen Sachen gehört es einfach dazu. Also, meine Meinung, wo ich mir denke, okay, nee, da, da hätte ich gern diese Trash-Dialoge, die dann irgendwie irgendein Typ da geschrieben hat, was überhaupt mit zur Handlung und irgendwas passt. Hauptsache, du gebabbelst. Ich hab, ich hab, ich hab kurz reingeguckt und ganz am Anfang, äh, ist sie ja dort in diesem, in dieser, äh, Taverde oder was auch immer und bestellt dort was. Und im Deutschen ist das wirklich so, ja, ich hätte gerne einen Weißwein. Und, ja, nee, also, ich glaub, mit der deutschen Synchro hätte ich's noch weniger ernst nehmen können. Ich hatte so meine, erst, also, meine Lachflashs haben so auch angefangen, als, ähm, diese Fantasy-Elemente da mit reinkamen. Da hab ich noch gedacht, oh, nee, das mag ich nett. Ja, gut, aber die, die Fantasy-Elemente, die sind ja in, äh, also, später noch, ja. Ja, aber natürlich, aber wenn du dir das da anguckst, dass dann der App mit seinen Windpuff-Ärmelchen da die Leute durch die Gegend schiebt und, äh, 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 das hab ich, das hab ich auch irgendwann nicht mehr hinterfragt. Also, ich war dann einfach so, ah ja, okay, da kann das, Punkt. Genau. War einfach so, das hab ich einfach hingenommen, weil ich dachte, wenn ich darüber jetzt zum Nachdenken anfange, werd ich nicht mehr fertig. Äh, Sven, hast du Chekye-Chan erkannt? Ja. Ja, hast du? Ja. Oh Gott, ja, nee. Also, ich hab's natürlich im Nachhinein dann gelesen, dass er hier als einer von den, von den Kids da mit dabei war, aber wer... Oh, einer von den singenden Kids ist Chekye-Chan? Oh. Ja, sie fahren so ein bisschen drüber und ich hab hingeguckt und ich dachte noch, ja, der sieht dem schon ziemlich ähnlich, könnte tatsächlich aber auch passen von den Jahren her und hab dann nachgelesen und dachte, ah jo, natürlich, er ist es. An der Nase hab ich ihn erkannt. Doch, er hört einfach so, oder? Die ist, das ist die Chekye-Chan-Nase. Ja, also, wer selber mal sehen will, es gibt im Internet aber mittlerweile sehr viele Screenshots, wo auch mit roten Pfeilen markiert ist, wer... Wer Chekye-Chan ist. Wer Chekye-Chan ist, weil andernfalls hätte ich das nicht erkannt. Ich hab's in der Wikipedia gelesen, aber ich hätte auch nicht gewusst, dass der eine von diesen Kindern ist, aber okay. Gut, dann übergebe ich gerne an den, den zweiten Film in unserer Runde, an die 36 Kammern der Shaolin, der, jetzt müsst ihr mir mal, ich weiß nicht, wie, ob das jetzt nur von meiner Außenwahrnehmung so ist, aber ich würde sagen, das ist der bekannteste oder der höchste unter diesem Film. Also, er ist auf jeden Fall der auf dem Mubi, der als erster anzeigt, wenn man auf die Kategorie geht. Ja, die 36 Kammern der Shaolin, ähm, ja, Handlung, was soll man dazu sagen, also, ähm, es wird, ähm, in ein Dorf eingefahren, Leute werden umgebracht, einer überlebt, der findet das nicht so geil, geht ins Kloster und lernt dort Kung-Fu. Ja, Sven, würdest du dem so zustimmen? Äh, so fast, ja. Ich hätt's zwar ein bisschen anders da ausgedrückt, aber so im Grunde genommen, hattest du schon recht. Und dann, und dann muss er, also, wenn er sich halt irgendwie da, wenn er Kung-Fu lernt, muss halt da durch die 35 Kammern durch, wo er sich regelmäßig seinen Schädel blutig schlägt und seine, ähm. Ja, wir können gleich darauf eingehen, was die einzelnen Stationen sind. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, weil, wie gesagt, ich glaube, wir sehen bloß 10 von 35, aber, ja. Ja, ich hab auch echt ne Liste gesucht, wo, wo die alle aufgezählt sind, aber ich hab keine gefunden. Nö, aber ja, also, ich, ich, ich war, glaube ich, der Einzige, den ich beim Titel erkannt, das war jetzt wirklich der, der bekannteste von denen, deswegen wollte ich den auch schauen, damit ich ihn mal gesehen hab. Und ich bin mit meiner Wahl eigentlich sehr zufrieden. Ich hatte mal, also, das war der Erste, auf den ich geschaut hab, und, wie gesagt, die Soundeffekte haben mich ne Zeit lang irritiert, irgendwann hab ich's halt einfach akzeptiert. Und ich hatte schon meinen, meinen Spaß damit. Ich mag dieses, dieses so von, von, man hat keine Ahnung, was man tut und fliegt zehnmal drinnen an in dieses Wasserbecken, bis man ist halt der krasseste Ficker und kann jeden, jede, jede einzelne Ding halt irgendwie, äh, Prüfung bestehen und ist dann irgendwie so am Topf von, von diesem Kloster. Ich hatte immer den Spaß damit. Also, ich mag, ich mag diese, 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 diese Reise von dem, ähm, und auch, wie, wie diese Kammern inszeniert waren und auch, der ganze Bogen am Schluss dann, wie jede einzelne Kammer im Schlusskampf nochmal irgendwie auftaucht und so. Ich fand das ganz cool. Ja, ist auch meiner, einer meiner Liebsten tatsächlich. Also, ich hab von den, von den Shorts auch nicht so arg viel gesehen, aber den guck mich mal echt, also, alle paar Jahre kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Der macht Spaß. Alle paar Jahre kann man sich den auf jeden Fall angucken. Also, wie so ein, also, wie so ein Prototyp für auch noch ganz viele andere. Ja. Also, ich hab jetzt nicht allzu viel gesehen, aber irgendwie hatte das also auch von diesen, natürlich ist das so eine, eine, eine relativ klassische Heldenreise. Also, ich hab mir irgendwann gedacht, okay, es ist schon ziemlich klar, was hier passiert. Ich fand's irgendwann ziemlich, ja, ermüdend, weil ich wusste, ja, komm, ja, du, du scheiterst am Anfang an jeder Station, wirst aber eh jede Station meistern. Also, fast jeder. Ja, aber das wird man doch sehen, oder? Richtig, das ist die Trainingsmontage, das gehört dazu. Genau. Ja, aber die Trainingsmontage geht den ganzen Film. Ja, ich weiß. Ja, das stimmt, der Film ist eine Trainingsmontage, bis, äh, bis Handlung, Handlung, unter Anführungszeichen, am Anfang und am Ende. Also, ich meine, ja, also, selbst, also, dann, ja, so, die, die, die Kampfchoreografie war natürlich auch, also, bis auf, dass wirklich diese, diese Geräuschkulisse hier fand ich noch mit am stärksten war mit, also, weil da kam zu jedem, zu jedem, zu jedem, und so kam auch noch so ein, und, und, und. Es war so ein bisschen, es war so ein bisschen, es war so ein bisschen angehört wie ein Tennis-Match eigentlich. Aber, ja, also, auch, auch die Figuren sind so, ja, ganz, so, ganz am Rand, weil es geht wirklich um das Training, und das fand ich dann irgendwann, ja, okay, gut, komm. Aber, also, es hat schon, also, es hat schon Spaß, weil, wie gesagt, es gibt dann, es gibt dann am Schluss diesen, 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 diesen Endkopf, sag ich mal, und dann sieht man so, okay, da ist das aus dem Training, da ist das aus dem Training, da ist das aus dem Training. Das ist schon ganz cool. Nö, macht auch immer Spaß, wobei ich mir diese, ähm, wo er mit dem, mit dem Kopf die Sandsäcke auf die Seite schieben muss. Ah, ja, da kriege ich Schädel mir beim Zuschauen. Ja, immer wieder, immer wieder, halt, äh, dachte ich mir auch, naja, also, schon klar, das ist ein Film, aber geh, gesund ist das doch ganz sicherlich nett. Nein, da stehlt er dich hier in Zill auch noch der Reihe ab. Ja, allgemein, also, äh, bei, bei dem, bei dem ersten, bei der ersten Kamer hab ich noch so gedacht, hm, na, okay, aber die, die Dinger wurden ja dann auch schon, äh, reichlich Brutales mit dem Kopf, fand ich jetzt auch, okay, aber das wird ja auch nicht weiter irgendwie, also, nicht groß hinterfragt, was da jetzt alles passiert. Nö, für was? Ja, das wird einem auch sehr prominent, äh, erzählt und nachdem der Film aber auch schon die 36 Kammern heißt, kann man sich halt denken, wo hinaus das hinausläuft dann, weil... Kann man sich halt denken. Kann man sich halt... Oh Gott, ja. Kann man sich halt denken, genau. Kann man sich halt denken, genau, auf was das hinausläuft und, ja, dass er dann eine 36 Kammern, 30 die Kammer gründen will und das dann auch macht und da dann irgendwie Vorsitzender wird. Überraschung. Vorsitzender, Vorsitzender. Das hört sich an, als ob er für einen Karnevalverein arbeitet. Das ist dann so, das ist dann so was Bürokratisches, da müssen sie dann irgendwelche Formulare ausfüllen. Ja, genau, genau. Da muss man ein Formular ausfüllen und, äh, genau. Man muss aber halt auch sagen, dass Gordon Liu, der ja hier den Sante spielt, wirklich auch so das Aushängeschild für die Shaw Brothers war oder ist. Und es ist auch ziemlich traurig, dass er, er hat ja nach, bei Kill Bill hat er ja diese, diese beiden Cameos und wenn du dann halt auch weiterliest, dass er jetzt im Pflegeheim nach Schlaganfällen vor sich hin vegetiert wahrscheinlich. Das ist dann schon so ein bisschen bitter, wenn du dann denkst, armer Kerl, der hat so viel gemacht und dann. Aber der spielt doch auch in Legendary Reapons of China, ist er doch auch dabei, oder? Ja. Dann habe ich den wiedererkannt. Ja, ja, also ich habe, ich habe auch neben den, äh, ja, neben diesem hier noch, äh, was hatte ich noch hier, der Todessperr des Shaolin, der Shaolin, gesehen da war er, glaube ich, auch. Also er taucht wirklich, also er hat ja auch ein prägnantes Gesicht, sieht man ihn schon. Ähm, äh, und inszeniert ist das Ganze hier von, einfach der Vollständigkeitshalber von, äh, Lau Carl Jung, von dem wir auch gleich noch einen Film haben, der vor allen Dingen im Opening, äh, immer was hat, was wahrscheinlich, also ich habe jetzt zwei Filme von ihm gesehen, aber in beiden Filmen ist es aufgetaucht, äh, markantes Zeichen von ihm, diese, diese Kampfchoreografien ins Nichts. Diese, 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 das habe ich mir aufgeschrieben, warte mal, diese, ähm, äh, 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 completely unrelated Kampfsequenzen am Anfang. Genau, während die Credits quasi laufen. Ja, genau, genau, ja, ja, das habe ich mir auch so, okay, ist es einfach Stilmittel und am zweiten Mal dann dachte ich so, ja, okay, anscheinend ist es einfach Stilmittel. Erstmal ein bisschen flexen in den ersten Minuten. Genau, genau, also ich meine, das muss man ja auch sagen, alle Leute, die da mitspielen drinnen, die können ja auch wirklich was. Also, das ist halt auch nicht einfach, da irgendwelche dritte Schläge, also immer so eine Häufigkeit und so präzise auszuführen. Das ist halt schon beeindruckend, eigentlich einfach, was die körperlich drauf haben. Ne, das ist schon wirklich beeindruckend und ich finde auch, das kann man da ruhig am Anfang zeigen, ich habe das auch früher immer gemocht. Wenn du dann so siehst, so, ja, okay, jetzt hier, ich kann mit der Sechelwaffe umgehen und ich kann das machen und hier und dann denkst du, okay, geil, geil, ja. So als Aufheizer fand ich das immer ganz nett. Super, dann haben wir ja schon zwei von drei Filmen mal kurz drüber geschaut. Ich kann euch jetzt an dieser Stelle nochmal ein Video von Asianometry empfehlen, das heißt King of Hongkong Cinema. Der hat die gesamte Geschichte von den Shaw Brothers, von den vier Brüdern und wie sich das Ganze entwickelt hat, auch was den verschiedenen Stationen in China, in Singapur und so weiter. Der hat das Ganze, wie ich finde, sehr, ja, sehr schön aufgeschlüsselt oder auch einsteigerfreundlich aufgeschlüsselt. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, bevor wir zu dem letzten Film kommen, schauen wir uns vielleicht nochmal so ein paar Titel oder so an. So über 1000 Filme haben sie produziert. Ein Bruchteil davon ist wahrscheinlich in Deutschland erschienen. Also es sind echt jetzt nicht so viele, die jetzt hier auch einen deutschen Titel vorweisen können. Und das muss man auch dazu sagen, auf Mubi, da wo die, also wo 14 Produktionen jetzt eben zu sehen sind, sind auch alle im O-Ton mit ganz vielen verschiedenen Untertiteln zu sehen. Also es ist keiner deutsch synchronisiert, auch das Schwert der gelben Tigerin nicht oder die Kammern der Shaolin auch nicht. Genau, das sei dazu gesagt, es sind dennoch einige hier in Deutschland erschienen, die auch einen deutschen Titel bekommen haben. Und Kathi, ich hab's mir gedacht, dass du da auf die Titel schießt und hatte die eigentlich nochmal schon ein paar vorbereitet, aber du hast dann den Wikipedia-Eintrag selber entdeckt. Hast du einen Titel, der dir besonders ins Auge fällt? Also, also es gibt halt ein paar, wo ich mir so denke, okay, also Hurra, die Knochenbrecher sind da, klingt halt wie eine Pumugl-Folge. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Da 1979 Monkey-Kong-Fu, im Englischen und im Deutschen Hurra, die Knochenbrecher sind da, klingt halt wie eine Pumugl-Folge. Da im Englischen Five Super Fighters, auf Deutsch natürlich der Schlitzer mit dem Dampfhammer. Das gefällt doch dem Sven bestimmt, oder? Das ist so ein richtiger Sven-Titel. Ich weiß halt auch nicht, was die sich eingeworfen haben, um in diesen Titel zu kommen. Es ist halt, also man denkt sich so, okay, warum? Aber vielleicht zieht das auch einfach mit diesen Titeln. Was hast du da gefunden? Na klar, die zieht das, also ich meine, ja. Also allein, dass wir jetzt auch schon wieder drüber sprechen. Ja. Ich hatte, ach ja, das Schlitzer mit dem Dampfhammer, da, okay. Ich hatte Mr. Kugelblitz schlägt zu. Ah ja. Fand ich auch sehr schön. Das Bambus-Camp der Frauen. Das gefällt dem Paul, ja. Der irgendwie, nein, im, ach ja, im Englischen heißt er Bamboo Women's Prison. Okay, Camp und Prison nochmal, okay, ja. Ja, ich finde auch da King-Fu, seine Fäuste zuchten wie Blitzer. Ja. Heißt im Original einfach nur Death Kick. Aber wir machen noch was Interessanteres drauf. Aber ich kick halt auch mit meinen Fäusten, deswegen passt das schon. Da sind schon ein paar Schöne dabei. Aber es sind echt nicht, also ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber es sind jetzt von tausend sind es echt nicht viele. Nee, in Deutschland ist nicht viel rausgekommen. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass die die Rechte ja 2011 jetzt nochmal weiterverkauft haben. Und ja, ich glaube, diese Lizenzen sind einfach ziemlich teuer. Ich hätte noch einen hier oben, der steht hier oben, der steht nicht in der Tabelle. Der steht unter den 1970er Jahren kooperierten die Shaw Brothers unter anderem mit Hammer Studios und anderen Regisseuren. Und da gab es zum Beispiel den Titel Drei Spaghetti in Shanghai. Alter, sie hauen alle in die Pfanne, ist auch gut. In meiner Wut wiege ich vier Zentner. Oh. Ja. Ein Regisseur, den wir vielleicht definitiv noch erwähnen sollten, auch wenn wir keinen Film mit ihm oder von ihm heute hier haben, ist Shang-Chi. Der wahrscheinlich der aktivste Regisseur mit war. Wenn man das durchscrollt, sieht man auch, jeder zweite, dritte Film ist... Ja, und wohl zwischen 1600, äh, 1600 sag ich schon, zwischen... Jetzt greifst du mal die dran. Zwischen 1967 und 1982 wohl 76 Filme. Scheiße, Alter. Das muss man aber auch sagen, also diese Filme, da geht auch der Herr in dem Video ein, was ich empfohlen habe. Diese Filme waren halt in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Also auch einfach, so einfach wie es geht, produziert und dann raus. Und ich glaube, Ran Ran hat auch gesagt, also, we are here to make money. Ja, okay. Es wird auch so ein bisschen, äh, in dem Video auch ein bisschen kritisch beleuchtet, dass diese, dass diese, dass diese stilprägenden oder diese genreprägenden Werke mehr oder weniger durch Zufall eigentlich entstanden sind. So nach dem Motto, wir inszenieren mal ganz viel und dann, ach guck mal, jetzt ist sowas wie die 36 Kammern der Shaolin dabei. Ja, es ist halt so ein, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn, oder? Wenn du halt, keine Ahnung, innerhalb von 10 Jahren 80 Filme raushaust, ist halt mit einiger Wahrscheinlichkeit zumindest einer dabei, der einigermaßen gut ankommt dann. Naja, aber die haben ja schon, also die haben ja schon Stars und, also hervorgebracht und natürlich auch den Weg geebnet, dass das sowas wie die Cannon Brothers sind, äh, keine Frage. Aber, hey, die haben schon ordentlich, ordentlich, äh, vorgelegt. Das muss man einfach auch sagen. Auch für ganz viele Subgenres, gerade so mit, mit den, äh, weiblichen Besetzungen. Ja, das auf jeden Fall, das ist ja nicht nur, äh, beim Schwert der gelben Tigerin so, sondern auch bei, ähm, der Todessperr des Shaolin. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch, gerade bei den 36 Kammer des Shaolin, jetzt, wird's gar keine Frau gesehen und auch Zhang Xie war, glaube ich, eher ein Regisseur, der, äh, das sehr Männerdominierte herausgestellt hat. Aber vielleicht mal, ähm, von dem Mann, der vorhin gesagt hat, dass ihm, äh, die Fantasy-Elemente so ein bisschen, äh, ja, dass er die schon, äh, recht komisch fand. Äh, dann gehen wir jetzt zu Legendary Weapons of China. Also, da gibt's nochmal ordentlich, äh, Fantasy-Elemente. Die heißen, die heißen ja sogar Magic Fighters oder so, oder? Äh, ich glaub, ja. Also, erst mal den Inhalt, und zwar, wir hatten ein, ein Magier und ein Kopfgeldjäger und ein Kung-Fu-Meister. Kommen wir in eine Bar. Genau. Einen Verräter aufzuspüren. Doch, niemand weiß, wie dieser Verräter aussieht. Sie müssen in der Hand seines Kung-Fu-Stils erkennen. Er wird seine Macht demonstrieren. Sei bereit. Ja, ich weiß nicht, ob ich bereit dafür war, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich hab noch geguckt und dachte, hey, der ist von 81. Ja, bin ich mal gespannt, weil ich, ähm, wie gesagt, also ich hab die, die Shaw Brothers eine Zeit lang zwar verfolgt, aber ich bin dann, als dann Golden Harvest rauskam und die dann ja auch eher so in die Neuzeit gegangen sind, bin ich lieber darüber gewechselt und hab mir von, äh, von diesem Wuxia-Genre dann eigentlich nur so, so Jet Li-Sachen angeguckt, weil mir die einfach besser gefallen haben. Die waren von der Choreo besser und von der Action her halt einfach auch. Und da dachte ich, naja, 81 ist, ist ein gutes, ist ein gutes Jahr. Nehmen wir das. Und, ja, ich war zwischendrin wirklich, ey, der hat mich echt ein bisschen fertig gemacht, muss ich sagen. Ich hab den, wenn ich ehrlich bin, ich wusste auch nicht, was der Film von mir mag. Also, ich bin da gesessen, weil es sind mir viel zu viele Leute, eigentlich ist es ja auch wurscht, wie die Story ist, aber ich würde halt gerne wissen, wer wen jagt, so circa, damit ich weiß, auf welche Kämpfe ich mich da irgendwie vorbereiten kann, aber ich hab's auch, ich hab's auch nicht verstanden. Vielleicht bin ich einfach so blöd dafür, aber ich weiß es nicht. Ich bin da wirklich gesessen, war's okay, und wer ist jetzt das und warum bist du jetzt da? Und wer ist jetzt das da? Und, okay, blühen es euch einfach, ist auch okay. Ja, ich hab geschrieben, es ist überladen mit, äh, mit Stilen, mit Waffen und auch mit Parteien, die da mitmischen. Also, ich hab auch noch... Ja, ja, definitiv. Ja, also ich fand einige Szenen, also gerade dieser, also das auf dem Dachboden oder auch... Ja, das war cool. Oder auch das in der Gasse, das, das, das fand ich recht unterhaltsam. Also, diese, diese Comedy-Einlagen, die waren, die waren schon wirklich sehr schmerzhaft. Noch eine, äh, inhaltliche Frage. Dem einen wird doch irgendwann der Bauch aufgeschlitzt. Mit dieser Wodopuppe? Nein. Und dann quillt doch dort so ein Schlauch auf. Achso, das da, ja, ja, ja. Ich hab da schon, ich hab mir das angeguckt und dachte, äh, okay. Ähm, naja, aber gut, die haben vorhin Kung-Fu-Wodopuppen gehabt, also warum nicht auch irgendwas mit seinen Gedärmen? Also, es ist vollkommen in Ordnung. Ja, also, ich, ich, das war auch so, wie diese Sound-Effekte, war ich irgendwann so, okay, anscheinend, wenn du dann so ein Tuch drüber legst und dann ein bisschen Hex-Hex machst, ähm, funktioniert das alles wieder. Keine Ahnung, also. Wobei ich diese, diese kugelsichere Haut und dann noch diese heißen Strampelanzüge, mit denen sie sich dann durch die Luft und sich dann hinter irgendwelchen Sonnenschirmen verstecken und dann Messer schmeißen muss. Ich fand sie auch am Anfang, also anscheinend haben sie sich ja irgendwie beibringt, oder was auch immer, dass sie ja auf, zumindest, Schnittwaffen, sowas wie Schwert oder so, dass das jetzt nicht durch ihre Haut kommt. Und dann wollen die ja irgendwie so eine neue Truppe an Leuten trainieren, die auch kugelsicher sind, weil jetzt auf einmal Schusswaffen. Naja, es geht auch so ein bisschen um, um traditionelle Waffen und um das, was dann halt neu dazukommt. Genau, und dann stehen da einfach so Reihen an Männern, die einfach abgeschossen werden und sterben, bis sie einen finden, der es schafft, die Kugel mit seiner Haut aufzuhalten oder was auch immer. Ich weiß es nicht, das ist doch, also das ist doch ein Schwund, den kannst du nicht mehr abschreiben. Ne, das, also das war wirklich, das war wirklich too much. Wenn du das sagst. Ich hab gelacht, als sie am Anfang schon gezeigt haben, hier, ja, mit Schwert, dann könnt ihr uns nicht verletzen und als dann die, naja, als sie dann mit den Kugeln angeschossen wurden, dachte ich, okay, der wird strange. Aber ich hab halt auch zwischendrin wirklich so gelacht und Spaß gehabt und ich find dieser Kampf in dieser Bambushütte, wo auch das erste Mal, glaube ich, so diese Voodoo-Puppe richtig zum Einsatz kommt. Alter, auf dem Klo da oder was das war. Ja, ja, Klo. Und, aber das, super, also ich mein, da wird auf so vielen Ebenen gekämpft, da wird unter im Klo gekämpft, oben drüber tun, die sich gegenseitig abschlachten und das sieht alles witzig aus. Und ich dachte, hey, schönes Setting, du siehst zwar, dass alles Studio ist, aber egal, noch ein bisschen Nebel und unten kloppen sie sich. Hey, das ist doch ganz, ja, bis dann halt noch mehr Fantasy-Elemente kamen und ich gedacht hab, oh. Aber wirklich, das stört dich an diesen Filmen, die Fantasy-Elemente? Das ist das, wo du dir denkst, ne, das ist unrealistisch? Nein, es geht nicht ums unrealistische, sondern, also, da wird in der Luft rumgefuchtelt und dann auf drei Leute gezeigt. Und wenn man überlegt, ne, 81, das ist schon alles ganz gut gemacht gewesen, ne? Also, trotzdem sieht's billig aus, aber, ähm, du denkst, na hey, das ist schon ewig her, wenn ich mir teilweise Filme anguck, heute, das sieht schlechter aus als das, was ihr da gerade eben gezeigt habt. Nein, ja, es ist dieses Fantasy, das ist mir einfach zu, das ist mir zu viel, das ist mir einfach zu viel. Ja, man muss auch sagen, also, der, der Regisseur und auch einer der Hauptverdächtigen, ah, je, Liu Xiaoyang, der hat, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, den hervorragenden Tiger on the Beat gemacht. Und sein Bruder hat tatsächlich auch in Shanghai Police mitgespielt, den ich wirklich auch sehr, 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 sehr gern mag. Den kennt ihr wahrscheinlich auch nicht. Nein. Oh mein Gott. Ja, da haben wir ja die, 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 die Ausgabe mit einem, mit einem Highlight beendet. Ja, ich war von allen, gleich verwirrt am Anfang immer, aber es, es war schon ein Wilderritt, alle drei waren ein Wilderritt. Ja, ich fand den letzten auch wirklich anstrengend, also, weil du hast halt auch wirklich überhaupt keine Story, gar nichts drin. Ja. Oder manchmal halt auch ein bisschen zu viel. Ja. Und dann denkst du, okay, gut, jetzt, 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 jetzt können wir, können wir, können wir jetzt mal Setting wechseln und, nee, nicht noch ein Kampf. Also, ich hab nichts gegen, wenn ich die ganz. Ja, Sven, wer wüsste, was hast du mit Sven gemacht? Ja, ich war ja, nein, irgendwann war es mir dann halt auch wirklich zu viel, wo ich gedacht hab, okay, ne. Ich mein, Gott sei Dank bringen sie dann so Comedy-Einlagen wie diese. Ja, Gott sei Dank. Ohne die Comedy-Einlagen hätte ich nicht gewusst, was ich von diesem Film halten soll. Aber, Paul, war das, war das dein Humor-Feld? Nein. Aber ich brauch so eine Puppe. Mehrere. Ja, dann müssen wir uns nächstes Jahr zum Geburtstag schenken. Voodoo-Puppe, ja, geil. Ich hab mit diesen drei Filmen die Weihnachtstage dieses Jahr verbracht. Ja, auch schön. Ich meine, ich hab mit einem von den drei zumindest meine 14-Stunden-Zugfahrt heim verbracht. Oh, nun gut. Dann, äh, das war ein kleiner Einblick in Produktion der Shaw Brothers. Ihr findet, äh, jetzt muss ich rechnen, elf, elf weitere Filme auf, äh, genau, auf Mubi. Ähm, das dürften meistens Martial Arts, beziehungsweise Buchea-Filme sein. Ich weiß, die Shaw Brothers haben auch noch so Horror-Dinger gemacht. Unter anderem, also ich glaub, die haben, die waren fast in jedem Genre, haben sie irgendwas mal, äh, produziert. Äh, aber auf Mubi dürften es größtenteils nur, äh, Martial Arts, äh, Filme auch mit einem historischen Setting sein. Es gibt auch das, es gibt neben dem Schwert der gelben Tigerin, gibt's das goldene Schwert des Königstigers. Das ist ja auch gar nicht verwirrend alles. Dass es die alle gleich heißen. Und es gibt die vier gnadenlosen Rächer und die unbesiegbaren fünf. Und es gibt dann noch die Rache des gelben Tigers. Ah ja. Da musst du auch aufpassen. Gott, ja. Na gut, ähm, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Äh, wir hoffen, dass ihr, liebe Zuhörerin, äh, ein bisschen Spaß hier hattet. So viel Spaß wie wir jetzt bei der Besprechung, beziehungsweise auch der ein oder andere beim Ansehen von den drei Filmen. Wir, äh, bedanken uns fürs Reinschalten. Hinterlasst uns gerne Feedback, wenn ihr mochtet, was wir hier, ähm, gemacht haben. Und so ein kleines Special vielleicht. Ja, äh, schreibt uns gerne, was ihr von diesem kleinen Special haltet. Vielleicht, äh, wiederholen wir das mal wieder, wenn es wieder so einen Schwerpunkt auf Mubi oder woanders gibt. Es gibt ja auch so in verschiedenen Mediatheken gibt es ja auch hin und wieder, äh, RegisseurInnen oder so, die im Fokus stehen oder Genre. Vielleicht finden wir uns da nochmal zusammen. Es war mir eine große Freude, Kathi und Sven. Ja, ebenfalls, ebenfalls. Miau. Und, äh, wer mehr, äh, über den Streaming-Anbieter Mubi, beziehungsweise auch von Kathi und mir, beziehungsweise auch von Sven noch hören möchte, der kann gerne bei unserem Podcast vorbeihören. Der heißt In the Mood for Mubi. Da sprechen wir unter anderem über das Programm von Mubi, was sich da monatlich erweitert und auch über verschiedene Filme, die wir dort finden. Äh, unter anderem haben wir mit Sven, das ist schon etwas her, ich weiß gar nicht, war es im Oktober? Ja, ich glaube. Im Oktober letzten Jahres haben wir mit Sven zusammen unter anderem über The Bad Woman geredet. Ja, und über einen Teppichhändler, der in einem Teppichladen... Achso, genau, über den Teppich-Kurzfilm. Äh, auch ein sehr interessanter, äh, Film. Also, wer da reinhören möchte, äh, In the Mood for Mubi, die Oktober-Ausgabe 2023. Äh, schaut auch gerne im Feed vom Tele-Stammtisch, was es dort doch, äh, so für Besprechungen gibt. Natürlich größtenteils zu den aktuellen Kino- und Serienstarts. Und, äh, dann sage ich Tschüss von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö, tschö. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus